Über einen sonnigen Auftakt auf der Promenade in Westerland freuten sich die Macher des Craft Beer und Gourmet Festival, denn die sonnigen Tage machen die Kulisse perfekt. Entlang der Promenade präsentieren sich noch bis Sonntag rund 30 Genussstände. Zum einen sind kleine Brauereien vertreten, die in handwerklicher Tradition eine kreative Geschmacksvielfalt in Sachen Bier vorstellen. Zum anderen können die Besucher diverse kulinarische Köstlichkeiten probieren und einige Lifestyle-Stände entdecken. Das Craft Beer und Gourmet Festival hat täglich bis 24 Uhr geöffnet.